Lege Dich in die Bauchentspannungslage. 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 Bleibe mit Deiner Aufmerksamkeit bei Deinem Herzchakra und dem warmen Grün. Atme tief und genieße die Weite im Brustkorb. Die Cobra entwickelt Toleranz, Mitgefühl und die Fähigkeit zu vergeben. Vergebung fängt bei mir selber an. Was auch immer auf meinem Weg geschieht, lässt mich lernen und wachsen. Ich akzeptiere und liebe mich, wie ich bin. Mit allen Ecken und Kanten. Höhe Dich in die Bauchentspannungslage. Deine Augen sind geschlossen. Deine Aufmerksamkeit verweilt in Deinem Anahata-Chakra. Deine Aufmerksamkeit verweilt in Deinem Anahata-Chakra. Deine Aufmerksamkeit verweilt in Deinem Anahata-Chakra.